Das ist der neue Audi A4. Mit dem neuen Audi Virtual Cockpit. Das ist, was Sie sehen. Alle relevanten Informationen auf Sie ausgerichtet. Aber das ist, was Sie fühlen. Sie sehen Ihre Routen, Ihre Musik, Ihre Kontakte und Anrufe. Aber das hier sehen Sie nicht. Innovative Prozessortechnologie für eine Darstellung in Echtzeit. Damit fühlen Sie sich, als seien Sie hier.